Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Eine Stunde später starten wir wieder. Der Flugplatz Trento war für mich schon oft Sprungbrett in den Süden. Bei meinem ersten Venedig-Besuch im Juni 2017 war ich auch das erste Mal hier. Damals war der gesamte Luftraum im Etchtal einfach nur Golf und Echo. Dann irgendwann bekam der etwas größere Flugplatz Bozen eine ATZ. Und in 2020 hat auch Trento eine solche ATZ bekommen. Eine Aerodrome Traffic Zone. Besonders bei schlechtem Wetter, wenn man die ATZ nicht umfliegen kann, muss man diesen Luftraum unbedingt beachten. D-Mark Zulu Formation, Position ist Runway Holding Point, Alpha Runway 36, bereit für departure. Copy, Backtrack Runway 36, at home description, Report line-up, bereit für departure. D-Mark Echo, Mark Zulu Formation, Backtrack 36, and next Report, bereit für departure, 36. Ciali Alpha Trento, in Vole 2-9 in tensioni. Vole 2-9, wir sehen uns für die Sierre, vor ein paar 1-9 und dann zurück in Richtung, weiter. Copy, Report, auf Sierra. Report. D-Mark Echo, Mark Zulu, bereit für departure, 36. D-Mark Echo, Mark Zulu, Trento Copy, maintaining VF4 separation. Direkt, D-D-36, wir sehen uns für die Sierre, improve. D-D-36, wir sehen uns für die Sierre, auf der Rückseite imej D-40, auf die Sierre, in der Vf4 campo. D-360, wir sehen uns für die Sierre, umwärter, Sierre, bei der Sierre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Landschaftlich erste Sahne, wie wir gleich sehen werden. Dann geht es an Vicenza und Padua vorbei, an die Adria bei Chiorgia, das auch Klein Venedig genannt wird, weil es ähnlich viele und fast genauso schöne Kanäle hat wie die weltberühmte Lagunenstadt. Von hier aus fliegen wir nun etwa eine halbe Stunde lang an der Adria-Küste entlang, von manchen gern auch als Teutonen-Grill verspottet. Warum, das werden wir gleich noch sehen. Fliegerisch ist das nicht anspruchsvoll, aber wegen des umfangreichen Verkehrs auf Lido di Venezia macht der Kontakt mit FIS schon sehr viel Sinn. Bei meinem letzten Venedig-Besuch 2018 gab es hier noch keine ATZ, aber in 2020 wurde auch Lido durch einen solchen Luftraum abgesichert. Nun folgt die lange Kette touristischer Dörfer mit klangvollen Namen wie Jesolo, Kaorle, Bibione, Aprilia, Maritima, Marinetta und schließlich Grado. Dann geht es hinüber nach Slowenien in den Anflug für Porto Roche, auf den ich mich ganz besonders freue. Vor allem der Überflug von Piran sollte sich als ein überragender landschaftlicher Hingucker erweisen. Die Landung auf der Piste 33 ist nicht ganz trivial, weil das Gelände zur Schwelle hin genauso stark abfällt wie der eigene Gleitpfad. Ich bin von Porto Roche schlichtweg begeistert. Dieser Airport bekommt von mir die Höchstnote. Doch dazu später mehr. Im weiteren Verlauf des Fluges versuche ich noch einige Male Padua Information zu erreichen. Und obwohl hier die Berge ja gar nicht so hoch sind, kommt keine Verbindung zustande. Eine Situation, die ich in Italien leider oft erlebe. Stattdessen genießen wir erst einmal den Durchflug durch das Brandtal und den Blick auf die bereits erwähnte Festung Valmorbia. Sie hatte im Weltkrieg I die Aufgabe, das Brandtal gegen italienische Angriffe aus dem Süden abzuriegeln und so den Vormarsch der Italiener in das Etchtal zu verhindern. Erst am Talausgang, in der Nähe des Ortes Schio, klappt es dann auch mit der Funkverbindung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dmz, we are a formation of two Microlite Aircraft, Dmz und Dmg, Tango Zulu. Each POB2, POB1, sorry. POB1 VFR, West Flight Plan, from Lima, India, Dt, Tango, to Fort Roche Lima, Juliet, Papa Zulu. Die aktuellen Position ist 10 Mils Nord-West von Lima, Indien, Delta Hotel in 4700. Descending für Fluginformation, bitte. Mike Echo Mike Zulu, Padova, Roger. Squawk 4211. Delta Mike Zulu Formation, Squawk 4211 kommt. Für eure Kollegen Delta Mike Golf Tango Zulu, 4212. Und für die Delta Mike Golf Tango Zulu, 4212. Hier erreichen wir die Lagune von Venedig. Sie ist, ähnlich wie die Boddengewässer von Rügen, ein durch Landzungen und Inseln weitgehend separiertes Huff in der nördlichen Adria. Sie entstand vor rund 6000 Jahren durch Sandablagerungen von Flüssen. Und mittendrin das weltberühmte Venedig. Bei meinem ersten Venedig-Flug 2017 habe ich sehr viele Fotos hier von der Lagune gemacht. Wer möchte, kann die Gelegenheit nutzen und sich von ein paar Lagunenbildern verzaubern lassen. Und wer Venedig schon gesehen hat oder die ansonsten wirklich wunderschöne Stadt wegen des furchtbar ausgeprägten Touristen-Naps gar nicht besuchen will, der sollte mal darüber nachdenken nach Chiorgia zu reisen. Es ist dieselbe Lagune, dasselbe Flair, nur eine Nummer kleiner und viel unbekannter und günstiger als Venedig. Und genau wie das Original ruht auch Chiorgia auf Pfählen in der Lagune. Sogar eine Art Canal Grande gibt es hier. Der Wiener Kanal zieht sich durch die gesamte Stadt und lässt sich dabei von neuen Brücken begleiten. In dieser Stadt haben meine Frau und ich auch schon mal eine Woche Fahrradurlaub gemacht. Man kann nämlich die gesamte Inselkette von Sottomarina über Pellestrina bis hin nach Lido di Venezia mit dem Fahrrad fahren. Und wenn man will, eben auch nach Venedig übersetzen. Sehr zu empfehlen. Ein paar Fotos der Stadt gefällig? Hier, bitteschön. 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 Das fl schafft das Pe�chen hin. Das flog durch ihn. Ich persönlich. Lasst mich backwards. DMI, EPUF, ZU unberfl infl 하면서. Position ist Outbound Chiorgia Papa Zulu. Sierra IV, nächsten Report Sierra III. Mike, Echo, Mike, Zulu, roger. Wir haben zwei Trafiken in der Opposite Richtung, bei 1,500 m². Are you going to stay out from Lido Airfield? Delta, Mike, Echo, Mike, Zulu, affirm, wir bleiben außerhalb Lido. Mike, Echo, Mike, Zulu, roger, stay out of Lido Airfield. Und inform, Abim, Jezus. Delta, Mike, Zulu, next report, Jezus. Wir dürfen also heute nicht direkt am Airport Lido vorbeifliegen. Und da man in eine ATZ nur einfliegen darf, wenn man dort auch landen will, haben wir gleich zwei Gründe für einen kleinen Bogen hinaus auf die Adria. Nichtsdestotrotz können wir aber einen schönen Blick auf die Lagune und mit dem Teleobjektiv auch einen Blick auf Venedig erhaschen. Danach genießen wir gute 20 Minuten lang die Nordküste der Adria. Dabei klappern wir alles ab, was hier als Feriendorf Rang und Namen hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020